Das ist das Spiel, was ich dieses Jahr meinten erwarte. Einfach nur ein klasse Stand. Mit einer riesigen Schlange. Aber geil. Freue ich mich schon richtig drauf, ehrlich. Ja, die filmen uns hier gerade. Rabbids, cool. Hab ich auch einen von. Yeah. Hier wird gezockt. Ja, komm jetzt auch mal raus. Raving Rabbids, die verrückte Zeitreise. So, hier sind wir beim Konami Stand. Ganz in weiß, mit ganz viel Wii-Zeug. Pest 2011. Ja, hier kann man auch einiges anzocken. Zum Beispiel Castlevania ist dabei. Also, es gibt wieder sehr viel, was man anzocken kann. Aber es ist einfach viel zu viel los. Ich werde wahrscheinlich nichts anzocken. Konami. Aber es gibt hier nur wie fast Champions League Pokal. Und zwar ein Original-Replikat. Ja, auch einen, die hat hier. Aki Saito. So, hier ist der Trailer von Metal Gear Solid Rising. So, hier ist der Trailer von Metal Gear Solid Rising. So, hier ist der Trailer von Metal Gear Solid Rising. So, hier ist der Trailer von Metal Gear Solid Rising. Soll er heißen, der Teil, der gerade in der Wache ist? I have a question for you. There was just a phrase mentioned. Da wurde gerade etwas erwähnt. Das hat mich sans dazu genannt. Ja, ich war gerade im Endzone-Stand, hab mir mein Extra abgeholt. Es war richtig Geiles gewesen, um echt zu sein. Und ja, was es ist, werdet ihr bei der nächsten Endzone-Ausgabe sehen. Spiele, die die Welt nicht braucht. Landwirtschaftssimulator 2011. Hier drüben ist die THQ-Festung, sag ich einfach mal. Mit Homefront. Richtig geiles Spiel, hab ich schon ein paar Trailer gesehen. Und Red Faction Armageddon. Ja, zwei super Titel, werd ich mir wahrscheinlich auch holen. Und ja, es stehen wieder sehr viele an auf der anderen Seite. Aber die Burg sieht cool gemacht aus. Ja, das ist ne Mischung aus Retro und Neue. USK ist auch dabei und hier gibt's coole T-Shirts. Ja, so ein Gewinnspiel. Das hier ist der Nintendo-Stand und hier soll irgendwo Charles Martinet rumlaufen. Der Mann, der Mario synchronisiert. So, hier ist auch gleich der Xbox 360-Stand. Da drüben ist Kinect, hier gibt's weitere Games. Ja, schauen wir einfach mal rum, wie sie aussieht. Ja, viele Leute, das kann nur heißen, hier gibt's Fable 3 und Halo Reach. Ist klar, hier stehen ein Haufen heißen Leute, da kommt man kaum rein. Muss stundenlang anstehen, also das lohnt sich eigentlich gar nicht. So, hier kann man die Kinect-Menschen begassen in ihren Käfigen wie Tieren zu. Ja, boah, mal gucken, wie sie ist. Ich bin der Controller. Ich bin der Kinect-Menschen. Vielen Dank.